Guten Morgen, liebe Tiefton-Liebhaber. Ja, ja, auch solche Tätigkeiten gehören dazu und man kann froh sein, wenn man überhaupt ein Bügelbrenn und ein Bügeleisen zur Verfügung hat. Bei mir steht es im Hotelzimmer und es ist Gold wert, wenn man nicht zerknittert durchs Leben gehen will. Zeit für eine kleine Pause. Ich habe heute Morgen schon wieder an neuen Vlog-Folgen gearbeitet. Wir gehen jetzt in die Christchurch Art Gallery. Der da und ich. Und wir genießen ein bisschen neuseeländische Kunst. Musik Untertitelung. BR 2018 Ein passender Name dieser Ausstellung, Your Hotel Brain. Ich bin gespannt, ob ich mich daran finden kann. Untertitelung. BR 2018 Und so sieht es mittlerweile draußen aus. Definitiv die richtige Entscheidung, ins Museum zu gehen. Auf der Suche nach was zu essen haben wir diese Fauxhall gefunden. Das ist einfach eine große Halle mit ungefähr 6, 7, 8 verschiedenen Küchen. Und man kann sich alles mögliche aussuchen. Kaffee und Kuchen, Pizza, Hamburger, Thai. Super. Nach einem leckeren Abendessen kann es jetzt losgehen zur letzten Show heute Abend hier in Christchurch. Und danach heißt es wieder einpacken, alle Koffer packen, alle Instrumente wieder gut einpacken. Morgen Vormittag geht es dann weiter nach Brisbane und da freuen wir uns schon total drauf. Denn hier sind 8 Grad und Regen und dort sind 28 Grad und strahlende Sonne. So, die andere Show ist fertig. Die haben heute vor uns gespielt. Und jetzt baut unser super Team hier schnell den Drumrider auf und macht die Bühne fertig, dass wir aufbauen und spielen können. Und unsere Wäsche ist gewaschen und auch wieder mitgekommen. Ein Traum. Super, super, super. Super, super, super. Super, super, super. Super, 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 super. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020